Nein! Ist das ein Roboter oder was? Modell S. Das Pesterding. Aber keine Muni. Okay, bin ich wirklich. Keine Heilung, nichts mehr. Muss weg. Habe ich nichts, was Gesundheit noch gibt? Schon wieder nichts mehr, ne? Schadensresistenz, 80%. Okay, saufen wir mal sowas. Plus 20... Plus 200, scheinbar zwei Minuten, okay. Ja, ich hätte da gar nicht so angreifen sollen, wie ich es gemacht habe. Wow, wo sind die hin? Der Roboter ist krass, ja. Da brauche ich andere Schüsse. Ist da nicht noch so ein Geschütztor? Mist. Hab sie verloren. Ich muss echt aufpassen. Ich bin so low HP. Wenn hier noch welche sind. Ich muss erstmal looten. Oh, da haben wir Schüsse gehört. Von da hinten? Geschützturm? Ne, Pirat Level 6 irgendwas. Und da? Ja. Liga, mein Leben, ey. Ich will da schießen auf den. Findet uns auch jemand? Ne, oder? Ich hab so wenig Leben. Ja, aber ohne HP ist scheiße, meine Süße hier. Ei, 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 ei. Süße gesagt. Entschuldigung. Wenn ich mitspreche, ist sie eh wieder genervt. Ist sie eh wieder genervt. Okay. Speichern. Finde ich gut, dass immer alles offen ist hier. Oh. Das scheint was größeres zu sein hier. Ich brauche Medizin. Unbedingt. Outfit. Limette. Guck mal an hier, was zum Essen. Da. Gesundheit, Milch. Zwei Gesundheit, jo. So. So, so ein bisschen gesundheit haben wir ja gewonnen dadurch. Kopfbedeckung. Oh, da ist da, äh, da ist Chief Master wieder. Was ist denn das? Tür. Ausstellungspuppe. Tiefmine, okay. Mit Rüstung vergleichen. 69 34. Warte, ist die besser als unsere Ding? Rucksäcke, Helme, alles. Mit Rüstung vergleichen ist V. Wow. Oh, da ist jemand. Was Nützliches gefunden? Ich habe ein Herz gefunden, ja. Ich habe vorhin irgendwas, irgendwas gebraucht. Über die Entstehung der Arten hier. Kapitel 1, Variationen und dem, dem, Domestikation hier. Joa, okay. Nicht so Lust, das alles hier zu lesen. Medi-Fact. Ja, ich muss unbedingt schauen, dass im Medi-Fact mehr bringt. Irgendwas killen, dass es mehr bringt. Oh ne, Schlaf. Was bringt eigentlich Schlafen? Jäger. Und ich wollte schlafen gehen. Alte Sterne werfen und andere verlassene Stationen im All sind immer das Zuhause von irgendwas. Vorsicht. Deswegen heißen sie auch verlassen, wa? Ganz logisch. Oh. Das erste Mal ein Sperren heute. Oh mein Gott, okay. Kann ich das dann noch dahin tun? So. Und dann so. Okay. Nochmal? Zum Entsperren? Was ist denn das für ein Ding hier? Das ist einfach so ein Schlafplatz oder was? So ein kleiner. Schreibtisch Lautsprecher. Reddit. Oh, okay. M-Ständer. Kann man die mitnehmen? Öffnen. Dieses Schloss ist zu schwierig. Entsperrung Lehrling. Das muss ich unbedingt skillen hier. Aber habe ich jetzt keinen Skillpunkt leider. Irgendwo stand es da mit Lehrling. Was ist das? Ist das Kampf? Sozial? Lündern. Hier, oder? Taschendeepfähigkeit. Nein. Verkaufsbilliger. Getränke. Blabla. Dieb. Ist das Technologie? Nee. Schifffrei. Hier, da doch. Technologie. Sicherheit. Muss ich das nächste Mal skillen. Muss ich das nächste Mal skillen. Wir konnten jetzt schon einige Tresoren nicht öffnen. Aber die anderen Tresoren waren schon Experte. Da kann ich ja nichts machen. Auch bei Lehrlingen ist es halt schade. Weil das können wir direkt skillen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Taschenplatz wieder. Aber Nicola gönnen wir uns. Blue Harvest. Noch ein Mediapack. Das ist gut. Ich will jetzt aber was nehmen, was mich noch höher bringt. Aber nicht das Mediapack. Hier, plus zwei Gesundheit. So eine Cola. Vier Gesundheit. Erstmal Pause. Richtig so. Ja. Werde ich glaube ich auch bald machen. Dann kann ich mich noch ein paar Sachen kümmern. Hier. Zu gar nichts gekommen. Die letzten Tage. Da war wieder so viel Streaming dabei. Wudo. Kann man nichts mehr machen. Links oder nichts. Einfach zu wild. Nächste. Ja, aber heute habe ich schon einiges geschafft. Also außerhalb des Streams. Im Stream des Spielers hin oder her. Alles halb zu wild. Schon wieder? Hast du schon mal gesagt? Nö. Äh. Schau dir wenn du Zeit hast. Ich habe heute zweimal gestreamt. Weil ich musste nochmal neu starten im Stream. Schau dir das erste VOD an. Damit du weißt, was heute so besprochen wurde. Einfach nur traurig. Ein bisschen im Gents erklärt. Sie brennt einfach. Also schau dir das Video von heute an. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Aber du kennst es ja eh. Das haben wir in den letzten Tagen sowieso immer wieder besprochen. Und schon seit Wochen darüber geredet. Von daher. Alles gut. Kriegst du das schon hin? Ich pack das. Wir nehmen dich aufeinander. Tut damit du Bescheid reinkst. Wieder einer. Du läufst zwölf bist zu viel. Lass dich für die Sauerstoff. Ja, aber sie ist ja auch voll. Du bist verletzt. Ah, das Ding hat noch. Was ist denn das? Die scheiß Anzüge halten schon eine Menge aus. Nicht ohne. Nicht ohne. Digga. Weil hier drin ist ja... Hier ist ja Luft. Ich habe auch keine Maske. Oder du... Normalerweise habe ich eingestellt, da wo man Luft hat, braucht man. Sieht man keine Maske. Hier ist so eine ganz normale Menschen, oder? Hat ja keiner irgendwie. Doch die hat auch. Stimmt. Wir haben auch Masken auf. Normalerweise brauchst du in diesem Gebäude keine Maske. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Du kannst nichts nichts. Also, normalerweise ist das so klein. Aber wir haben alle, gell. Alle? Level 10er, oder? Ey, du musst alle? Gesundheit von denen nehmen oder was? Dreifach? Vierfach? Toll. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Da sind noch welche. Ich habe keine Muni mehr. Doch hier wieder. Wieder so low HP. Haben die nichts? Ne. Ich bin einfach auf dem Mond hier und habe diese... diese Dinge hier eingenommen. Diese Basis gerade. Oder bin dabei. Ich kann aber nichts mehr Unnützes mitnehmen, weil ich habe keinen Platz. Jo, was hier alles ist? Das Forschungskid. Das ist wichtig. Aber ich glaube, es sind noch irgendwo welche. Ich habe noch Stimmen gehört. Ich habe so wenig HP. Die können mich direkt umbringen. Dichtmittel. Ach, schau mal. Da geht noch weiter, das Ding hier. Vielleicht ist da noch jemand. Oder kommen wir von da? Ne, hier gibt es ja auch noch was. Das ist ja riesig. Übrig ist immer gut. Wir haben heute erst ein äh, Ding aufgemacht. Ein Schloss. Hier gibt es eine Art Ausgang. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein Ausgang. Ach so. Oh, okay. Waffenstände. Meister. Boah. Ich muss mich aufs Schloss knacken hier. Spezifizieren. Äh, spezialisieren. Aber ich habe erst mal Gewicht und Leben genommen. Toxin. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Welcher Körperteil? Einsteiger? Oha. Schaffen wir das? Geh, dann locken wir einen und frag mal. Beste. Geht das? Geht das dann hier hin? Miene sind hier. Okay. Miene sind hier. Gut. Ich höre doch, was? Wird irgendwelche Parasiten wieder da? Guck mal, guck mal. Schon mal an. Das sieht gut aus. Danke. Das ist eine Raupe steht da. Xino-Raupe. Okay, okay. HDXP gebracht. Wichtig. Du, ja, ja, ich weiß, ich laufe mit zu viel Gewicht, zu viel Sauerstoff. Aber sie kann auch nichts mehr tragen. Gibt da kein automatisches Sortierungssystem. Muss alles selber sortieren. Du, ja, ja, dann haben wir es hier, oder? Hier unten, oder ist hier noch irgendwas? Geht das in Credits, die ich nicht gesehen habe? Du, ja, du musst hier schon alles immer auf Loot und drücken, hier. Okay. Dann können wir ja den Besen nehmen und hier putzen, oder? Let's go. Immer mehr schleppen, hier, immer mehr schleppen. Habe ich schon alle Buddys gelootet? Hier geht es weiter. Wo denn? Da waren wir doch gerade. Was ist denn mit dir? Lagerkiste. Forschungskiste. Kann man das auch aufmachen? Wie, 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 wenn es immer so laufe, mit 120 Frames so wie hier, wäre es geil. Amtsache, den Level 10 habe ich gelootet. Da habe ich irgendwas gelootet hier, ey. Irgendwas cooles bei dem. Irgendeine gute Waffe. Hier, boah, was ist denn hier? Schau mal an. Apropos Schurke, hier, Messer. Kammerjäger, bloß 30% Schaden bei Aliens. Ich habe doch keine Aliens gesehen. Gift verursacht zufällig. Ich habe einfach langsam das Ziel. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Noch so ein Ding. Midi Deep. Die habe ich noch gar nicht geschossen. Das habe ich nicht gemeint. Deswegen. Äh, B. 9. Gut. Und das hier. 12 physische Schaden. Und das macht auch 12. Aber hier. Chancen, dass Menschen bei Tod zusätzliche Midi Packs hinterlassen. LOL. Das ist Gift. Und das ist Midi Packs. Das ist viel besser, finde ich. Mit Midi Packs. Nehme ich dann anstatt die Axt. Ähm. Als Nachteil dann. Ja, das habe ich schon bei der anderen Waffe auch gesehen. 15% weniger Schaden, wenn ich mich am Planeten befinde. Im All 30% mehr Schaden. Aber Midi Packs sind halt wild, ne? Wann hantiere ich denn mit dem im All? Frage ich mich halt. Oha, guck mal an. Berserker Kampfmesser. Was ist hier? Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Ja, das ist ja schon klar. Ach du Kacke. 16 physische Schaden. Was macht das andere? 12% weniger Schaden. 12% weniger Schaden. 12% weniger Schaden. Boah. Wollen wir alle mal testen, oder? Die Dinger. Alle mal testen hier. Alle Ritzen, Schlitzen. Aber dazu braucht man HP. Weil wenn man vor denen steht, ist halt echt krass. V. Richtig mal aus, dass die... Ach, blocken habe ich doch gar nicht probiert. Ich brauche ein Lichtschwer, dass ich die Schüsse abwende. Das ist das andere hier. Yo. Das schaut cool aus. Okay. Ja, ist schon nett. Gentroben sind immer gut. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Digga. Du schleppst doch auch alles mit hier. Komm. Lass uns mal kurz quatschen. So geht das nicht hier. Wir müssen immer noch herausfinden, wo Vanguard Moara ist. Augen auf. Frag mich, was du willst. Oh, jetzt geht... Darf ich? Okay, cool. Bis nachher. Davor war sie immer so unfreundlich. Kein Bock. Nicht jetzt. Will nicht jetzt. Später. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesehen hier. Lagerkiste. Achso, hier. Na ja, okay. Ob man jemals überhaupt alles sehen kann? Was piepst denn hier so? Geh doch mal schneller. Verbrennung erlitten. Hier am Boden? Warte, ich habe was gegen Verbrennung. Hier? Nicht für das andere Menü. Hier, das da. Da ist, glaube ich, Verbrennung, oder? Ne, was ist plus? B-Status? Prognose schlecht. Verbrennung, genau. Heiß ist Pflaster. Genau, genau. Das ist wichtig. Heiß ist gut bei Verbrennung. Das kompensiert dann die Hitze. Verbrennung. Gesundheit. Kann ich sowieso nehmen. Nackt. Schau mal, mehr Nack am Schaden. Das ist doch für die Messer. Herz. Plus. Plus 20 Gesundheit. Regeneriert 4 Gesundheit. Okay. Körper, Infektion, Antibiotikum, Schadenresistenz. Bewegung. Weniger Ressourcen. Regeneriert Gesundheit. Plus 1 XP, 15 Minuten. Wie gnädig. Verbands Schnittwunden. Ne, ich habe nichts gegen Verbrennung. Heilt Gelenk, Knochenbrüche, Schillerbrüche, Verstauchen und Muskelrisse. Heilt Infektionen. Ne. Ich habe so viel Kacke hier. Aber nichts gegen Verbrennung. Gut. Dann muss ich weiter brennen. Dann muss ich weiter brennen. Was willst du machen? Prognose verbesserte Verbrennung. Okay. Und muss ich stabil. Okay. Ich muss auf den Tisch dann mal wieder so auf Fusel kommen, ey. Beim Zocken. Gut. Weiter. Irgendwas vergessen hier noch. Welche Medikamente gegen Verbrennung zufällig. Schrank kann ich nicht aufmachen. Antike Spielzeugmotorer. Sieh mal an. Was denn? Da oben auf dem Steg ist ein Terminal. Wie kommen wir da hoch? Was? Da oben auf dem Steg ist ein Terminal. Wie kommen wir da hoch? Ach ja. Okay. Natürlich. Krieg der Welten. Hier Chunks Ampel. Viel Gesundheit. Hautcreme Flasche. Jo. Na dann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alles habe. Kann ich hier rein? Ach, das ist das scheiß Leerling. Schade, ich hätte leveln müssen bis hierher. Ich weiß gar nicht, wo das Level-Ding steht. Die hat aufgemacht vorhin nicht, oder? Tupfer. Ach, ein Anzug hier. Plus 150 Schadenassistenz. Fünf Meter. Halt, Prellungen, Platzwunsch, Stichwunden. Nahkampfschaden. Geh mal da weg. Uschi. Chemikalienschutzanzug. Roboterteil. Okay, das war nicht so wichtig. Spielzeugraumschiff. Okay. Hier ist noch ein Safe. Ist für mich auch nicht so schwierig. Nur ein Löffel mehr, dann kann ich das machen. Weißt du, was jetzt krass ist? Es gibt halt jetzt noch mehr. Noch mehr hier draußen. Schau mal, das war jetzt ein Gebäude, oder? Okay, wir sind hier durch das durchgegangen. Wir sind hier drinnen, hoch, durch. Wir sind hier drinnen, hoch, durch. Okay, aber hier draußen. Und was wichtiges. Munition ist sehr wichtig. Das ist alles Medizin hier. Nimm welche Buffs, weniger Schaden, mehr Nahkampfschaden, Schadenresistenz und sowas ist schon sehr, sehr viel. Schlagbohrer. Wie ist jetzt hat sie das an? Bioblocker. Jetzt hat sie den Anzug an. Splitter-Mine, Inferno-Mine. Schon viel hier. Was ich noch sagen wollte, es gibt doch noch Nebengebäude, oder? Das ist das Hauptgebäude, wo wir rein sind. Dann gibt es noch ein Nebengebäude hier. Dann noch auch groß. Wir haben aber keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. So, das ist gar nicht so groß hier. Ach, das ist der Typ von Anfang. Ja, okay. Das ist der Typ von Anfang. Warte, ich muss eigentlich schließen. Ah, warte, ich muss umloggen. Auf den Kexle im Moment. Zack. Oha. W-w-w-w-w bist denn du unterwegs? Auf WinFuture war ich lange nicht mehr unterwegs. W-wirst du dir das zulegen? Diese Star-Feld? Bist du so einer? Ich hätte Bock, den zu messen, aber das ist sehr gefährlich. Früher vielleicht hat man viel gemacht auf Dosen, aber heute weiß ich nicht. Oh, ne Axt bei dem gelootet. Midi-Pack, schau an. Hat sich gelohnt, den zu killen. Beste mit dem Ding. Mit dem Messer. Direkt Midi-Pack bekommen. Aber, äh, warum ist das denn so eine, ist das so eine Sensation, weil es noch nicht released ist, oder? Oder haben sie es bei anderen Spielen nicht geschafft? Ist das bei dem jetzt so einfach, oder wie? Ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Geht sowas heutzutage noch? Ist das noch ein Ding? Ja, ich auch nicht. Deswegen frage ich also. Früher war das ja gang und gäbe eine Zeit lang sowas. Weiß nicht. Ich weiß nur, wir gehen jetzt hier weg, meine Liebe hier. Muss man nachher mal das Basebild irgendwo anschauen, vielleicht gibt es einen Guide oder so. Ich habe es nicht geschafft, wo du in die Basis, die ich ein bisschen gebaut habe, dass ich die Couch, den Stuhl oder den ganzen Schmarrn da rein tue. Ich konnte es nur raustun. Sehr strange. Du trägst so viel und kannst nicht schnell reisen. Oha. Jetzt will ich es einmal nutzen, dann kommt der Front. Kommst du mir hier so. Als ob der Beamer das nicht machen könnte, weißt du? Höhle. Oha, wir können es... Oh Mann. So, nachher fliegen die Höhle. Wir müssen nach Hause laufen, weil kein Platz mehr Inventar. Ich würde da gerne die Sachen verkaufen. Wir müssen mal schauen, dass wir auf dem Planeten, dass wir irgendeinen Händler finden. Unbekannt. Nochmal sowas. Wo ist der CO2-Wert? Steigt. Okay. Steigen wir einen Schaden deiner Gesundheit. Ja, okay. Du läufst mir zu viel Last. Gut, 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 gut. Hier ist so ein Ding da. Wenn das Rote anscheinend überhand nimmt, dann ist RIP. Dann hyperventiliere ich. Dann ist er gleich da. Hier ist auch was. Ach, Schiffslandepunkt von vorhin, ja. Unbekannt. Jetzt geh mal da rein und zu dich da ausziehen. Wenn dein, 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 äh, dass du da nicht mehr atmen musst. Komme ich denn jetzt hier rein? Da oben? Ich kann nicht... Achso, wie... Ach, wegen diesem Sideschleif-Scanner. Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Bei mir ist alles bestens, Captain. Habe ich alle Messer jetzt auf einmal hier? Ähm, dann schauen wir mal wegen Inventar. Hey, das Inventar sortieren ist schon krank. Das ist eine Katastrophe hier. Frachtraum... Kuh... Inventar... Kuh... Waffen. Wieso sind die alle weg? Ich hab doch... Okay. Gut. Ich würde am liebsten alle weg tun, dann sortieren. Machen wir das mal. Wie viel ich da habe? Nein, 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 nein. Äh... Sonstiges. Grimzahn... Nee, nein, die dritte ich noch nicht. Flasche mit Genprobe entfernen. Achso. Rezilbox. Kleidung. Ich weiß noch nicht, zu welcher Zeit ich was anziehen soll. Aber die haben auch... Manche haben halt doch Perks hier. Energieding. Plus 5 Gesundheit und O2. Aber physisch ist halt doof. Wir haben jetzt die hier. 15 physisch. Immer nur einzelne Sachen, die besser sind. Ja, da müssen wir schauen, wenn wir halt zum Strahlungsding kommen, damit wir dann das anziehen. Aber müssen wir auch mitschleppen, wa? Aber 1,3 Masse geht ja eigentlich. Luftbasiert. Die können wir ja ganz weg tun. Fluganzug, Wartung auch weg. Kopfbedeckung. In der Freizeit, joho. Helme. Ich glaube, jetzt habe ich den besten Helm hier noch an. Munition. Behalte ich alles. Erste Hilfe auch. Notizen. Die ganze Quest, die kann ich nicht wegtun. Ressourcen. Ressourcen, wenn ich auch alles zum Schiff rein. Was soll ich mit dem? Hat denn manches so ein Ding hier? So, 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 so ein Zeichen. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich mir die Waffen wieder zurückhole. Prachtraum, Waffen, 26, gut. Cutter brauche ich safe. Ein so ein Ding will ich auch, die brauchen 777 Munition. Das verbraucht halt was ganz anderes, das ist ein Laser. Also ein Leuchte, das hat einfach nur eine Munition, die ich bei keinem anderen habe. 777, kann man es nicht irgendwie sortieren? Die braucht auch 6,5er, die braucht Kaliber 027, Radler, nehme ich mit. Lasse ich mal die Axt da. Das braucht auch 027. Okay, das ist das gleiche wie die andere. Muss ich gleich mal vergleichen. Das hier verbraucht 1,5 KV, das ist ein Laser. Das Messer haben wir jetzt nicht mit, hier haben wir das andere mit. Das 6,5. 777. Ich will auf jeden Fall das mit dem Zoom, dem heftigen Giftschaden. Das ist auch wieder Laser. Fügt bei Waffenschlägen doppelt Schaden zu. Verursacht zufälligen Korrosionsschaden und verringert 6. Kuhlange die Panzerung. Boah. Okay, dann muss ich das andere wegnehmen. Mediapacks fallen, ja. Das ist 3KV Laser. Nehme ich jetzt wieder alle mit, oder was? Das ist mit, das ist mit Zoom, gell? Habe ich nicht den Besseren mit Zoom? Doch, der hier. Minus 15 Schaden auf dem Planeten, aber gesteigertes Angustempo, verlängert der Lauf, kurzreicher Weitensensor, taktischer Griff, halber automatisch. 12. Das muss ich nochmal schnell nicht vergleichen, hier. Mein eigenes Ding. Habe mal. Waffen. Ich habe wieder Neuen dabei. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Lade viele. Ich sehe, ist alles schwarz. Hallo. Nochmal und nochmal. Hier. Jetzt ist es wieder. Hat das alles gut. 3KV Laser. 0,27. 11 physischer. Der Verlater 50. Wenn ich jetzt so ablege, wo tue ich es denn hin? Und das ist 1,5KV Laser. 3KV Laser. 1,5. 2 1,5er. Den einen will ich wegtun. Warte. Dann gehen wir nochmal hier hin. Frachtraum. U. Inventar. Gut. Also. Den brauche ich. Dann wollte ich den hier wegtun. 1,5K haben wir noch keinen. Dann will ich den hier weg, weil ich will halt den hier. 1,5KV. Den hier. Dann das Messer. Ja, mit dem Medipack E. 3KV. Haben wir schon das hier. Große Batterie. Ja, nehme ich das andere mit großer Batterie. 3,7 Masse. Okay, das tue ich hier weg. Das tue ich jetzt alles modifiziert. Die lasse ich. 6,5 Millimeter. Ich habe aber keine jetzt mit. Ich habe. Oha, warte mal. Ich habe nur mit 0,27. 1,5. Den Laser. 3K Laser. Ich habe nur mit 6,5 Millimeter. Da muss ich noch eine. Äh. Ein Ding nehmen was. Frontier. Ich habe nur mit 6,5. 7,7 habe ich gar nichts. Ich könnte ich die nehmen mit 7,7. Vielleicht eine. Besser mit 7,7. 6,5 habe ich schon. Distanz, Präzision. 67. Reflexvisier, Kompensator. Ja, nehme ich die hier, oder? Alles 6,5. Umzwingliche geringer, die gesunder, desto höher der Schaden. Oh, ich habe gar nicht gelesen. Okay. Da muss ich nochmal schauen, ob ich das Richtige habe. Wegen dem Debuff. Panzerbrechende Munition. Oh, das ist stark für die Abwehrtürme. Ich brauche auf jeden Fall eine gute 7,7er. Kurzer Lauf, Reflexvisier. Reflexvisier. Masse 3,2 Präzision ist hier höher. Nämlich 7,7er hier. Und dann, das mit dem Weltall. Dazu berechnen die Munition. Halbautomatisch ist die auch noch. Müssen wir kurz schauen, weil 6,5, was ich im Inventar habe. Oh, Inventar, Waffen. Cutter, das da. Wegen den 2. Hier ist halt... Hier ist halt dieser Debuff nicht drauf. Für das Ding. Beurte 75, Distanz 8. Boah, die ist halt präziser und kann weiter schießen. Aber macht 15% weniger Schaden. Aber dafür habe ich gesteigertes Angriffstempo. Ja, egal. Scheiß auf dich kann ich alles mitnehmen. Passt. Alles gut. Alles gut. Immer noch, immer noch, immer noch 86 Masse. Okay, was schleppe ich denn noch so viel Glas mit? Mit 7 Waffen. Hier, 0,65, 1,3, 0,4, 3,7. 3,5, 7 Millimeter. Ich habe von jedem Ding nur eins. Okay, dann machen wir mal B1, Messer, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Okay. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ist die neu? Mods 2 von 8. Man kann noch Mods drauf tun. Mods 0 von 7, 0 von 7. 0 von 0, 0 von 7. Oh, oha. Das ist schon, schon sehr, sehr wild hier. Sehr komplex. Du bist ja blöde mit der Zeit. Inventar, Dietrich und Schlüssel. Okay. Aber was ist noch so schwer? 86 habe ich noch. Gucken, alles durch. Masse, 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 Masse. 0,01. Hier, das ist schwer. Anzug. 7er. Wie viele Anzüge habe ich denn? Drei Anzüge. Tumas. Nein. Tiefminen. Ich würde die anderen halt nicht da lassen. Anzug und Rucksäcke, ne? Sind auch schwer. Ja, okay. Muss ich jetzt schauen, welche ich nicht nehme. 20. Physisch 39. Energie 23. Energie. Auf Range ist halt geil. Ich habe halt das Höchste genommen, was physisch ist. Nahrkampf. Ich habe das meiste gegen Nahrkampf. Ich brauche aber eins mit Boost Pack. Kann nur die beiden nehmen. Luftbasiert haben eine korrosse Strahlung. Ich finde das fast sogar besser, das Ding. Also beide so schwer. Ich müsste wechseln zwischen den beiden. Je nachdem. Im Nahkampf dann das andere, im Fernkampf das andere. Aber ich tue einfach die nehmen und fertig. Frachtraum Q. Hier. Anzüge. Das weg, das weg. Ich habe zwei von denen gehabt. Okay. Rucksäcke. Das weg. Das, das. Jetzt habe ich nur noch 47. Das müsste dann passen. Cool. Ja, nice. Schön sortiert. Und das Ding ist, sie ist hier auch voll. Aye, Captain. Schön, dich zu sehen. Was macht sie denn mit dem Inventar? Muss ich dann das Inventar von ihr nehmen und dem Schiff geben? Ich bin bereit, Captain. Also sie kommt ja mit mit mir. Alte Sternenwerften und andere verlassene Stationen im All. Hast du was für mich? Ja, nee. Muss ich jetzt die Sachen von ihr nehmen und dann ins Schiff tun oder kann ich es direkt ins Schiff tun? Q-Inventar. Q-Frontier. Q-Sara. Der hat sehr, sehr viel. Nehmen, Inventar. Q-Sortieren, alles nehmen, durchsuchen. Ja. Wo tue ich es hin? Nehmen, Inventar. Q-Inventar. Das bin ich in der Sarah. Waffen. Braucht sie eine Waffe oder schießt sie mit irgendwas? Wenn ich jetzt dieses Malstrom hier fünfmal nehme, hat sie da noch eine Waffe? Muss ich ihr eine Waffe lassen? Ich nehme diesen komischen Malstrom mal viermal raus. Ich habe ihn fünfmal. Dann gehe ich in mein Inventar. Waffen habe ich jetzt wieder acht. Ja, ich habe diesen Malstrom fünfmal bekommen. Lol. Also viermal. Sechs, fünf. Sechs, fünf. Ja. Also muss ich das erst alles wieder von ihr nehmen und dann ins Inventar tun? Oh mein Gott, wie umständlich. Hat das vielleicht Gronkh an dem Tag gemeint, wo er kurz erzählt hat, mit dem umständliches Inventarmanagement. Also muss ich jetzt... Ich habe doch eben... Ich habe so schön sortiert gerade, ne? Was ist denn? E-Tauschen. Und hier... Kusara. Na gut, dann muss ich halt von ihr alles nehmen. Rucksäcke. R. Ja. Ich habe alles genommen mit R. Habe ruhig was in meine Tasche. Ja, ich habe jetzt leeres Inventar. Okay. Bis dann. Und dann gehe ich hier hin. Habe 91 neue fucking Items. Ja, und tu die neuen Items halt... Nee, nee, ähm... Warte, warte. Frachtraum. Mein Inventar. Okay. Ist jetzt nicht mehr sortiert nach neuen Items. Oh mein Gott. Muss ich jetzt nochmal alles einzeln sortieren. Ich dachte, ich kann die ganzen Items... Oh, Inventar. Okay. Gut, die Waffen sind, glaube ich... Die kann ich an allem nehmen. Das passt. Die habe ich alle gebeindet. Ich sehe, welche nicht gebeindet ist. Habe ich so eine? 3,5 K. Ja, habe ich da. So. Anzüge, es passt. Rucksäcke. Auch weg. Helme hat sie auch kein. Kleidung hat sie auch schon mehrere. Schutzanzug nehme ich mit. Kopfbedeckung. Outfit brauche ich jetzt nicht noch. Noch eins. Okay. Munition behalte ich. Erste, weil ich auch Notizen kann ich nicht weg. Ressourcen. Die tue ich alle weg. Z. Z. Alle Ressourcen lagern, oder? T. Kann nicht mehr gelagert werden. Lol. Jetzt ist das Lager auch noch voll. Ja, dann gebe ich ihr das wieder. Ich laufe da mit. Wie viel habe ich jetzt für Kilo in der Tasche? 120, 160. Dann gebe ich ihr wieder das. Wir müssen immer noch herausfinden. Hast du was Nützliches? Jo. Mein Inventar. Hatte ich echt sieben Waffen? Okay. Munition. Ressourcen. T. Sonstiges. Ich nehme Nützlich einfach. Kann ich hier nicht auch T drücken, oder? Hier geht nicht alles lagern bei dem. Warum nicht? Nur bei den Ressourcen geht alles. Hier geht nicht. Mit einem Klick. Hä? Okay. Hier geht nicht in deinem Klick. Sehr komisch. Vielleicht gibt es ja da Motze zum Sortieren. Ich glaube, ich habe wieder sechs und meine Kilo. Ja, ja. Ich habe jetzt. Okay. Dann mal tschüss. Dann mal tschüss. Ja, ja. Fühle ich, fühle ich. Hast du recht. Hast du recht. Was haben wir? Okay. Schon wieder spät. Müssen wir noch ein paar Sachen machen. Oh, gut. Wild. Wild, wild, wild. Schau dir auf jeden Fall das VOD an, wo du. Das VOD. Also da steht es die 32 Minuten. Aber ich habe die ersten zehn Minuten nichts gesagt, weil keiner da war. Ich habe das in Gents erklärt, was wir euch gemacht haben. Die, die Zeiten hatten, waren anwesend. Und die, die nicht Zeiten hatten, die kannst du dir im Video anschauen. Falls es noch Fragen sind oder so, kann ich es zusammenfassen. Aber du wirst ja nicht alles klar sein. Weil, einfach aus dem Grund, weil Kick in Deutschland nicht angesehen wird als Plattform, sondern als Schmutzplattform, weil die großen YouTuber, die einen Stock im Arsch haben leider, äh, YouTuber, äh, Twitcher oder was weiß ich, ja, Twitch-Szene. Leider, leider, leider. Okay. Aber macht nichts. Bin hier, bleib hier. Weiter geht's. Wir tun es nur weiter. Ähm... Wo muss ich hin? Beenden. Desktop. Ja, war cool. Also, war interessant. Das ist mit dem... Ich muss mir noch ein paar Beginner-Guides echt anschauen. Das mit dem Bauen ist bestimmt ganz einfach, dass ich dann zumindest den, ähm... Den Sessel ins Haus reintun kann. Ansonsten ist es sehr, sehr viel. Und das Menü an sich ist oft schwer zu kopieren, finde ich. Es ist seltsam mit den Tasten. Vielleicht war das ja bei Fallout und Skyrim oder was auch immer bei Bethesda nach rausgebracht. Oder Oblivion auch so. Ich muss mir da erstmal durchwurscht und zurechtfinden. Aber das war's dann erstmal von Tag 2. Starfield. Mhm. Wenn's euch gefallen hat, natürlich ein Abo dalassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Inventar-Management haltet. Vielleicht habt ihr schon einige Mods, die ihr nennen könnt, die cool sind. Ich hab mir noch gar keine angeschaut. Ja, ansonsten, ja. Schaut wieder vorbei. Klickt, klickt wieder rein. Und wenn ihr Bock habt, ja, ich mach dann immer weiter den Schmarrn hier, ne? Schaut einfach die Videos fleißig und dann freu ich mich auch. Deswegen, Starfield, Tag 2, eigentlich am selben Tag, aber trotzdem Tag 2 mit der Aufnahme. Ende. 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 Ende.